Mit Bronze in der Pflicht hat für Jana die Junioren-WM begonnen. Mit Silber in der Kombination hat es hier aufgehört. Ich denke, Jana, du kannst mehr als zufrieden sein. Ja, auf jeden Fall, das bin ich. Wie war es denn heute da draußen? Ausverkauftes Haus hier in der Schornberghalle. Was war das für ein Gefühl? Hat es Spaß gemacht zu laufen? Ja, es hat schon sehr Spaß gemacht. Und es war auch ein bisschen ein anderes Gefühl wie sonst, weil doch in anderen Ländern Deutschland ein bisschen wenig beklatscht wird und so. Und jetzt so mit vollem Haus und so viel Trubel war es schon ein bisschen ein anderes Gefühl als sonst. Du bist als Fünfte nach dem Kurzprogramm in die Kür gegangen, bist jetzt letztendlich Achte geworden. War das auch das, was du dir erhofft hast oder ist es letztendlich sogar mehr gewesen? Ja, also von vornherein ist es schon mehr, als ich erwartet habe. Aber klar, jetzt nach dem fünften Platz in der Kurzkür habe ich es mir erhofft, nicht zu weit nach hinten zu fallen und es möglichst halten zu können. Was nimmst du mit? Woran musst du selbst noch arbeiten? Beständiger zu werden, den Achsel zum Beispiel jetzt rumhabe bis nächstes Jahr und mehr auf einen Fuß zu springen. Dann viel Erfolg dabei. Dankeschön. Jana Kopp. Vielen Dank.